Die Völkerwanderung geht weiter. Was vor Wochen begann, scheint kein Ende zu nehmen. Mittlerweile klappt die Organisation perfekt. Die Hilfsorganisationen sind ein eingespieltes Team. Die Flüchtlinge kommen aus allen Richtungen und wollen vor allem eines, weiter Richtung Deutschland. Während die Erwachsenen möglichst in der Nähe der Transportmöglichkeiten bleiben wollen, wird versucht den Kindern ein Stück Normalität zu geben. Das Bundesheer kümmert sich um Verpflegung. Heißer Tee ist gefragt. Am Ende zählt jedoch nur eines. Wann geht es wieder weiter?